Nein. Servus. Hallo, grüß dich. Alles in Ordnung? Schön, dass du da bist. Du wirst dafür bezahlt, dass du mir die Kunden bringst. Und nicht, dass du die Frauen von der Arbeit abholtest. Entspann dir mal. Du schleifst dich. Aber sofort. Los mich. Raus! Ich geh ja schon. Du Arsch! Den wärst du noch bereit. Jetzt weiß ich nicht, Wichser! Und von der Natascha, lass du die Finger. Versprich ist sie da. Kapiert? Komm mir da mal.